ja hallöchen meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge new pokémon snap ja wir sind hier immer noch beim meeresgrund dran wir müssen diese lumina alumina diese kristallblume finden die leuchtende und ja das werden wir jetzt diesmal hoffentlich auch schaffen oder kommt gleich ein pelipa runter geschwommen oder probiert dass das herzdings und wumsen da zu fangen er steigt empor da hätte man auch ein schönes foto hinbekommen können kappado kappado oh mein nicht abwerfen sondern ja 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 oh mein gott ja komm schon mittig mittig schön mittig noch nie so nah ist kappado foto bekommen okay so da war doch jetzt noch mal was mit der höhle oder nicht ich glaub da war doch was in die sind wir auch noch nicht reingekommen gell das war ja oh hallo willi ich dachte mir gerade apfel mit dem hallo schau doch mal direkt her hallo nein was tust du denn controller please no komm schon ein bisschen größer noch komm her halt nicht her kommen wenn ich gerade mal zurückgehe mit der ja ok müsste schon halbwegs passen na da sind ja noch mehr da ist auch wieder eins sie schlafen den dinger die winken wecken wir jetzt mal auf hier hallo nicht immer schlafen hier ah ah hallo ja eine blume aber die leuchtet glaube ich nicht oder leuchtet sie leuchtet sie ich glaube schon ist es die leuchtende maybe besser mehr fotos machen als wie zu wenig noch hier nochmal umdrehen das vergesse ich immer ah das sieht auch lustig aus das willie aber schwierig so drauf zu bekommen halt na ah die fotos halt im querformat sind oh ja genau hey das oktillerie ist gar nicht da ja oktillerie wo versteckst du dich von dir brauchen wir auch noch ein foto das böse weil mehr immer ha aber die geräusche geil ich lieb sowieso so unter wasser tier meeres geräusche dingsen bumsen ah bin ich fast ein bisschen zunahmen scannen und ohne zu weit weg hallo oh oh das ist ein schönes geworden glaube ich ha das foto war gut ja stimmt auch nicht immer was der laber na so oh und scampi hey scampi hey scampi willst du apfel nee gär du isst keine äpfel scampi schau hier her na schaut ah wo maß hoppala wo maß sorry das sind schon oh mein gott haben die grad gefightet ja die fighten miteinander oh wie geil komm schon ich will ein schönes foto von dem oh ich find das teil voll cool komm schon ah nein ich bin zu langsam ich bin zu langsam hey nicht verschwinden nein wo seid ihr jetzt oh no man hätte so geile fotos hier hinbekommen können und ich glaube es sind wieder alle nur so halb schief geworden oh capador nochmal und was macht hier so geräusche das ist mal sicher nicht capador oder ach schon die namen wieder vergessen von den herzteilen hey capi wo ist der capi 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 where are you don't leave me alone die blume leuchtet nicht na hä nein 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 das level hier geht so schnell oh geiler move jetzt hätte man ihn noch sehen sollen er dreht sich cool das könnte ein neues geiles foto werden oi oi warte was hat hier so geräusche achso hey probieren wir nochmal ein toxa nein es ist schon wieder vorbei wieso geht das immer so schnell so gut leute ich glaube das wird eine nice bewertung hier werden und zwar capador wenn das jetzt kein 4000er wird so ja genau 4000 endlich leute nach was 17 folgen haben wir es geschafft von capador ein 4000er foto hinzubekommen und das obwohl es schon auf der ersten strecke war oh mein gott endlich ein 4000er und dann auch noch ganz genau na was für ein glück das jetzt irgendwo ein punkt weniger hu weitere pokémon ah ja da ganz hinten na links ist eins ja endlich eins von vier haben wir ho da fällt einem ein stein vom herzen na der capador vilje ja leider oben ein bisschen abgeschnitten unten auch ganz ein bisschen aber könnten 4000er werden ich glaube schon ja es ist sehr gross 4100 sehr schön ja hier haben wir eigentlich schon 4000er äh ja ja behalten wir das da macht es auch gerade so einen schönen move tentoxa äh leider nicht mittig aber ansonsten müsste es von der punkte verteilung sehr gut sein 4000 sogar geworden geil haben wir schon zwei 4000er nice weil man wird wahrscheinlich keins ist übrigens das was der kleine bubi da so gelobt hat also schauen wir mal was seine lobungen wert sind nicht ganz 4000 in dem fall ne ja es ist die grösste halt ne da hätte man noch einiges rausholen können aber immerhin zwei sterne hatten wir noch nicht ja wummer war das leider das beste ne relativ klein nicht mittig wird eher 2 bis ja 3000 ok baldorfisch äh ja wird auch nicht besser ne nehme ich mal an das eine sieht auch cooler aus das linke wir nehmen auf jeden Fall das kristallblume haben wir eine geschafft yay das bedeutet nicht mehr lang wir können dann in die nacht beziehungsweise lumina zone gehen ja sagt er uns gleich was dazu hoffe ich mal ne und Level 3 wahrscheinlich werden wir nicht erreichen ne oh mein gott voll wenig punkte bekommen ok so wieder pastika ah übrigens da nun die daten zu dieser kristallblume vorliegen habe ich etwas zu berichten du darfst gespannt sein snowbull snowbull ich konnte endlich lumina kugeln entwickeln die im kobe archipel eingesetzt werden können es lohnt sich also nochmal am strand und am riff vorbeizuschauen am strand also auch ne ja gut to the mood nice neues item dankeschön ja dann schauen wir gleich nochmal vorbei hier ist die frage jetzt wo er sagte am strand auch was heißt das jetzt das ist ja der strand also hier auch zählt das auch mit das riff ja ja den lentil meeresgrund sagt er ne äh schauen wir mal vom level hier waren wir jetzt level 2 hier haben wir auch level 2 hier steht auch tag dabei ne hier auch mit tag hier haben wir aber schon level 3 dann würde ich sagen machen wir erst hier nochmal snowbull so auf geht's äh hier war die kugel ja eine pinke kugel so nice hallo dieser schwarm wieder von den finneons der ist so süß aber da muss ich warten bis ich ein bisschen weiter bin oh hier sind ja mega viel schickies oh mein gott sind hier viel schickies spämmen wir mal schnell ein paar äpfel äh alle im wasser gelandet okay okay ha ich habe eins getroffen sogar oh mein gott und es ist so in den Panzer rein hey shiki oh mein gott die Auschbombe no ich hätte so gern die Auschbombe fotografiert aber seht mal es schwimmt zu dem anderen rüber no 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 Tohaido lass das Aume das wollte grad zu seinem Kumpel lass das Aume Shiki Tohaido du Bösling du Bösling komm schon ich will ein großes Foto nein wie kommen wir hier näher ran ich wollte deinen Kumpel retten ich habe es versucht Shiki es tut mir leid so können wir hier jetzt vielleicht Lumina Kugel reinwerfen irgendwas ist da ja da ist schon Pokémon ne direkt hier aber man sieht es nicht richtig Kappi ah ja Kappi war ja hier komm schon Kappi na ja da bekommen wir bessere Fotos von immer meeresgrund ne ui oh was war das komm aber immer nur von hinten so hallo Winguel na das war zu spät oh die Shikis ich wäre so gern über diesem Shiki Stein da ein bisschen rumgefahren hallo Weiler hey Weiler hast du Hunger da hinten ist ja nochmal ein Weiler oh jetzt gehen wir in eine andere Richtung rechts vom Weiler komm schon ui ja er leuchtet oh mein Gott wie er das Maul aufreißt so geil come on nochmal leuchti leuchti ja oh mein Gott was für ein perfektes Foto komm schon noch mal noch mal komm schon jetzt ja 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 uuhh schön 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 ich weiß ich verwalte auch grade alle Fotos aber egal dafür sind geile dabei man muss die Strecke eh eigentlich so unzählige Male fahren bis man überall seine Fotos hat Hey, ihr, schauen wir die mal Weil Mashamai steht sowieso immer da Oh, nur noch vier Komm schon, mach du noch mal Komm schon Ja, ich glaube, da war schon Okay, ein letztes noch Wir nehmen mir Mashamai zu weit weg Ja, viel zu weit Äh, Pelipper probieren wir mal Ja, komm schon, komm schon No Ja Sieht ihr die Strecke bis zum Ende Ach so, weil wir das erste Mal Ja klar, wir sind jetzt Nee, oder? Wir sind trotzdem Ah nee, einen anderen Ein bisschen anderen Weg gegangen Nee, wir sind doch wieder hier jetzt Wo wir eigentlich rechts gekonnt hätten Oh, das Arme Oh mein Gott Ihr bösen Gaustellas Oh mein Gott, voll das Mobbing Die gehen hier Zu dritt, zu viert auf das Teil los Was ist mit Oh mein Gott, wie grausam Oh mein Gott, ich würde so gern helfen Ich kann Äpfel werfen Lasst das in Ruhe Ihr bösen, bösen, böses Oh mein Gott, das arme Corazon Oh, das tut mir richtig leid Oh, wie sie alle auf es gehen Corazon, schnell schwimm Schwimm Oh mein Gott Oh mein Gott, haben sie es jetzt getötet Oh mein Gott, ich sehe es nicht mehr Was haben die mit dem armen Corazon gemacht? Oh mein Gott, was haben sie nur damit gemacht? Wie böse die Tierwelt doch sein kann Das ist ja richtig traurig Auf, auf zur Bewertung Mal schauen Äh, viele Fotos waren jetzt nicht dabei Glaube ich, nur 4 Ja, Pelipper, das wird ganz kacke Aber immerhin als Einsterne Hatten wir noch nicht, ne Ja Naja, einfach Shigi, ja, leider Äh, ja Das doch das Beste gewesen Es ist mega mini Äh, ja Aber es ist immerhin cool so Obwohl, ein bisschen Ein paar Sekunden vorher wäre cool gewesen Dann hat man noch besser gesehen Wie das zu Heido das Shigi verfolgt Ne Oh, das Arme Ich hoffe, es hat es nicht gefressen Ja Dann Heido, das gleiche Foto Ja, Heido wird ein bisschen mehr Punkte bekommen Oh, ich wollte gerade sagen Aber nicht die 4000 Aber doch Blickrichtung Okay, passt noch Ne Positionierung passt Größe 1400 finde ich jetzt viel Für das ist es eigentlich sehr klein ist Aber okay Na, dann Immerhin als Erinnerungsfoto Für Das Shigi, ne Dass wir das immer in unserem Herzen behalten Vom Corazon haben wir ja leider keins Ja Hier leider Äh, eigentlich alles Einsterne Fotos geworden Ah, ich weiß jetzt auch nicht mal Hose besser Ja Größe Na, schwierig Ja, ich muss fast das Rechte nehmen Ne Ich finde halt das linke an sich irgendwie cooler Weil es gerade so rauskommt aus dem Wasser Aber das Rechte sieht halt schon auch geil aus Auch mit diesen pinken Leuchten gerade und so Und wie es das Maul aufreißt Ja, es hat halt 4700 Na Sind halt fast 5000 Ja, come on Wir nehmen das Bessere Und Ja, vielleicht bekommt man ja so ein ähnliches wie das links nochmal hin Für zwei, drei oder vier Äh, zwei, drei oder vier Ja Stimmt Zwei, drei oder vier Sterne Mal schauen Ja Montags Ja, ein bisschen von der Seite Aber könnte ein 4000er werden Ich glaube sogar, das wird eins Ja 4100 Sehr schön Na, die Runde lief ein bisschen besser Na, dann schauen wir mal Wie viel wir aufsteigen Ja, doch, dass ich für Weilort halt so viele Fotos gebraucht habe Ja Da müssen wir noch ein oder zwei Runden machen, ne Okay, ein paar Sticker wieder hier Hey Oh, das gefällt ihm Ja, okay Darf ein paar Favoriten stellen Okidoki Auch die Schoki Gut, dann weiter geht's Snubbull Snubbull Thanks Dann schauen wir mal Hm Aber er hätte was gesagt, wenn was freigeschaltet wurde, ne Wir müssen hier sicher Level 3 erreichen Hier haben wir Level 3 Oder müssen wir nochmal zum Strand Ich meine, er hat Strand gesagt Ja, come on Wir gehen jetzt noch einmal zum Strand Und irgendwann müssen wir sowieso wieder hin Und ansonsten, ja Snubbull, Snubbull Hallo Oh oh, ich wollte es eigentlich mehr, dass er zu mir hinschaut Ja Ja, freu dich Schau her Oh, das sieht schon süß aus Hallo Coco Hey Coco Nicht wegrennen Aber okay, da kommen noch mehr Da ist auch einer Oh, die sind am fighten Oh, die sind am fighten Ja, fight, 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 fight Fight on God Voll die Boxer hier, ha Ja, sowas Geil Äh Oh no, das Coco Wollte ich Ja, zu spät Dann das Pikachu Pikachu, Pikachu Hey, Pikachu Schau hier No Den Ah No But So, so Come on Ja Pika Pika So Ah, die Bluebellas Genau Da waren ja Weiß ich gar nicht mehr, was das alles war Im Gras scheint sich etwas zu verbergen Ja, mehr Bluebellas oder so Hallo Bluebellas, schau her Ja, es hat zugewunken Hallo Das wirkt auch Hallo Ja, hallo Schön Dann schauen wir mal das Coco 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 Oder darf ich jetzt hier so lang bleiben Wie sich das Coco Die laufen jetzt eh weg Wart Vielleicht bekommen wir nochmal Musik Oh, jetzt sind mehr rausgekommen Ja, tanzt schön Ihr Lieben Oh, das hat ihm anscheinend gefallen Jetzt geht's weiter Okay, Coco Weiß Futsch Bekommen wir schon noch welche Oh, kleine Goofas Hallo Ihr Schlingelchen Komm, Apfelis holen Ja, kommt Kommt, schöne Apfel Oh, sie winken Oh mein Gott Wie sie winken Wie süß Oh mein Gott Hi Hallo Hallo Ja, hallo Ihr Süßis No Hoho Das sind noch mehr Oh, Wegscannen Ah, jetzt geht's War nicht links Eh der normale Okay Ich wäre jetzt zwar lieber gerade rechts gegangen Aber okay Stimmt, da war so ein blaues Vivillon Komm her, Vivillon Komm her, Vivillon Komm her Ah, wir konzentrieren uns lieber da drauf Und da drauf Oh, komm schon Komm schon Oktillerie Mampfi Komm schon Ah, immer diese Kamerasteuerung Ja Freu dich Freu dich Hallo Oh, es hat gewunken So niedlich Schön So, da gibt's So, da gibt's wieder was zu scannen Komm Komm Drüber 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 Drüber, Jumpy Komm, Surfy und Jumpy Komm Hoi, wieso surft's nicht Pikachu ist da Hallo Raichu Hallo Lola Raichu Hä, wieso surft's nicht Nein, nicht this time Nein Ich will nicht, dass es aufhört Es geht immer so schnell vorbei So Ja, da bin ich mal gespannt Also erstens Scrabbox Ja, haben wir ein cooles hinbekommen Er leuchtet Und man sieht gerade, wie er am Feiten ist Er ist recht groß Größer wie zuvor noch Nein Trotzdem nur 3800 Wieso Ah Okay Schade Vor allem Pose Hätte ich mir jetzt gedacht Dass es spezielle Punkte gibt Weil die gerade am Feiten sind Okay Wow Ja, sehr schade Hätte ich jetzt nicht gedacht Okay Naja Pikachu Ja, sehr viel kleiner Also Es macht zwar gerade so einen Sprung irgendwie Und Ich glaube, das ist der Moment Wo ich dieses Elektro-Ding anmache Ja, aber auch irgendwie mega pixelig Ist mir vorgekommen So Ja, Blubella Könnte werden Könnte ein 4000er werden Aber Ja Sogar schlechter Wie das andere Hätte ich doch lieber ein anderes Genommen Ja, okay Ja, das muss kein 4000er werden Ich weiß nicht, wie sie die Größe jetzt berechnen Ob diese Hand dazu zählt Oder nicht Aber an sich einfach ein geiles Foto geworden Yeah Pose Fast 1000 Punkte Yes 4090 Geil Das heißt, wir können sie ins Album aufnehmen Schön Gefällt mir mega dieses Foto Vor allem, weil beide gerade so lieb winken Ja, so schnuckelig Mach schon mal Ja, haben wir zwar ein 47er Ich habe halt einfach eins ausgewählt Ja Genau Octillery Da hatten wir zwar auch schon 4000er Aber bei dem Lach Das ist so mega süß Und auch wie wenn er uns so winken würde Schauen wir mal No, schade Schade, schade, schade Das mit dem Winken hätte ich lieber gehabt Wie das, wo ich ihn mit dem Apfel getroffen habe Aber okay Totog Ja, sehr groß Ist am Schlafen Ja Ist halt ein 1 Sterne so Aber könnte ein 4000er werden Und unser allererstes Totog Nein Kein 4000er Blickrichtung, okay Obwohl es eigentlich ja schon Irgendwie in unsere Richtung schaut Aber okay Wenn er meint Schade, Marmelade Gut, come on jetzt Erreichen wir ein neues Level Wie viele Punkte gibt es? Oh Ganz wenig Okay Ja gut Funtmail ist gemacht Snubbel, Snubbel Hm Er sagt Lantil Mehr ist Grund Noch weiter Erkunden Mehr noch nicht Na Ja Ja, wir müssen Ich Also Wir waren ja jetzt Hier beim Strand Hat uns eigentlich so Nicht viel gebracht Halt ja Neue Potos Klar Aber vom Level sind wir nicht viel gestiegen Ja Ich glaube Wir müssen wirklich fast safe Hier einfach Level 3 erreichen Und dann wird hoffentlich Nacht Beziehungsweise Luminazone freigeschaltet Ja Gut Machen wir dann aber beim nächsten Mal Weiter Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen Leute Macht's gut Und Paris Athen Auf Wiedersehen Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ja Ich bin Ja Ich bin